Aufnahme abgebrochen und geschätzt mich neu gestartet dass ich nämlich jetzt rennen kann die Füße Moritz bei Wurzeln der Junge ich renne da gerade jetzt schon in den Livestream ja mach mal mach mal ja warum nicht doch mach mal ne ich brauch morgen wieder festhalten ich bin gefangen ich bin gefangen ich bin gefangen nein 1 2 3 Risiko frei Ei 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 Wie lange haben wir eigentlich gestern gemacht hat einer von euch mal auf die Uhr geachtet ja fünf stunden ja aber wir sogar sind wir ich meinte bis wieviel Uhr nachts abends ich glaube ein Uhr habe ich dir gestern fünf stunden gemacht ja Minecraft oder das nein Minecraft haben wir drei ich glaube ein 20 Uhr oder so am Anfang oder so 20 Uhr weiß ich gar nicht ich habe ja früher angefangen ihr seid ja dann dazu gestoßen ja das stimmt das habe ich ja noch gesehen als ich gestern abend das mir nochmal im Nachhinein eingesehen habe da war es ja auf irgendeinem server und hast da creeper er hat sich nicht mehr ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe Bock auf altes eh die 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 so ich möchte was aufbauen ich weiß noch nicht was ich bin jetzt gerade erst mal eine Mini ich brauche ein bisschen Eisen mach das das bauen wir hier den Steg mal wieder richtig weil den ich vorhin abgebrannt habe haha kann ja passieren wenn man mit dem Feuerzeug rumspielt ne ja passiert schon mal kleine Kinder nicht mit dem Feuerstock äh Feuerstock Feuerstock aha Feuerzeug rumspielen lassen ha mein Gott ohne nennenswerte Verluste oh du bist zu Obsidian geworden doch der Steg ist abgefucket was jetzt was jetzt was jetzt was jetzt sag ich auch ohne nennenswerte Verluste jetzt baue ich mir n'n Dach überm Kopf wir könnten uns aber dann auch so'n Klo in die in den Garten stellen Saffi kann ich uns da machen Klo im Garten du der Wasserfall der Wasserfall sieht irgendwie komisch aus Max darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht oder was erstmal brauchen wir hier einen Grundbaustein juhu bezüglich Feuerwehr, Polizei und sowas ah scheiße soll das Fundament hier alles darstellen hier komplett alles was hier ausgewählt ist oder ja ja ich glaube schon komplett mit dem Holz ja hat jemand mein Vorderzeug gesehen? ne aber ich hab auch eins das liegt neben dir bist du sicher? nö ja ja das kann aber auch sein dass das runtergefallen ist guck mal äh ähm am linken wieder ein Creeper am linken was? bei deinem linken Fuß ne da ist nichts am linken Fuß dann weiß ich auch nicht sag mal bist du grad in meinem Zimmer drin ne ne? man weiß es nicht bin ich so grad in meinem Aufnahmezimmer? ne hoffentlich nicht ah hier bin ich halt ich hatte recht es lag neben mir ha 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 oh mein Gott soll ich mir jetzt Sorgen machen was ich hab's nicht gelesen ähm ach so doch ich hab's gelesen Max ähm deshalb hab ich grade was zu gesagt wir wissen's noch nicht was denn? ja wegen Feuerwehr und sowas nein was tue ich hier? nein ja er fragte ob er zu Feuerwehr als Servers gehen kann oder so Feuerwehr? poste bitte doch mal poste bitte nochmal äh TS-Daten weil Powerbee hat gefragt ach so ja warte kommt sofort und ist in Anflug und ist gesendet mein lieber Kollege verdammt ich hab kein Holz mehr wie macht man Bilder? F2 warte ich hab ich glaub ich hab auch noch und ich bin tot hä? ok kann ich den Wasserfall auch anhalten? geht das? ich bin in deinem Garten gespawnt Paddy du die Frau was hier ne? geht das irgendwie hier den zack hä? wie ich nicht guten Tag Herr Bronzwiert hallo hä? sie möchten bestimmt eintreten komm da mal rein hä wie können wir denn den möchten sie den Aufzug nehmen? den Aufzug? den hier oder das? ich glaub den kann man gar nicht ausmachen versteh ich nicht naja egal das ist die die Maschine ist das und die Game Rolls nein ah Hilfe das Spiel hängen kann ich gar nicht benutzen wer hat die Spielregeln geändert? was? wer hat den Hebel gedrückt? ich war das hast du dich da zurück geändert? die Spielregeln ja klar glaub schon ich hoffe es egal ich hab's aber das Ding soll doch eigentlich verkraben sein ja hab ich ja jetzt wieder ah so muss den Wasserfeil mal kurz stoppen ich will dann mal was anderes machen nehm nehm mal weg nein nein lass mal lass mal lass mal ich hab was vor ohhh jetzt bin ich mir runtergefallen wer ist Gott? was ist Gott? hä? nehm da kommt ja jetzt kein Wasser ach jetzt äh hui ja jetzt genau so wollte ich den haben jetzt hab ich mir jetzt hab ich mir sieht ja cool aus finde ich so Autsch so sieht er doch schon mal schön aus Otte und das muss auch weg danke bitteschön Spiel betreten, Spiel verlassen auch gut dat war's das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht da muss man noch mal was machen das neue Ruf so hier ich wollte Wasserfall so nein genau gleichmäßig laufen haben na da warte Max weiter wir haben uns darüber noch nicht jetzt wuhuuu das Wasser kommt wir haben darüber noch nicht entschieden guck mal sieht gut aus so so sieht geil aus tadaaa wow ein Wasserfall das ist echt geil das ist echt geil man wie der Baum da so ist und so wenn's dir gefällt ist doch gut sieht echt geil aus auch nicht nicht ein guck dich das an sieht doch super aus hallo jetzt schon da oder das hallöchen hat es mir irgendwie voll eintönt hallöchen ich brauche noch anderes Holz hallöchen was hast du für eine Spitzacke ich bin unkritisch wieder mal auf sie jemanden ja ja merk ich schon das ist klar das sieht doch gut aus wie das sieht doch gut aus die Schmerz hat das auch schnell aufgelöst ja logisch ja soll ich fies sein nicht ne du bist du so ein Schieter ja wenn schon ne ja wenn schon ne ich hätte jetzt auch einmal Clear Inventory machen können nee lass mal so kann ich schätzen wir dich dann doch nicht ein ah man ich hab jetzt ein Kabelgewehr war gerade bei mir unglaublich das kommt ja ein Trashcraft-Aberholo okay los geht woanders waaah bing bing ah ich find's was dann gefallen also von Tod ja Boxkump wie bei Daisy oh die Sonne geht auch oh Boxkump oh jo da häng ich jetzt auch Bock drauf auf Daisy ja wir sind ja auch noch in den Paddy oder was Daisy nee wir wollten noch Cry of 4 noch weitermachen oder so schön ja ja Cry of 4 oder in Daisy oder so Cry of 4 aber ich bin grad so in Daisy drinne wenn ich glaube morgen früh oder irgendwie so also jetzt gleich ja wir haben schon morgen früh also gestern also gestern früh weiter so wird in den zauernweiler bauen und die als die vom ts hat der noch mal immer noch nicht also eigentlich wusste als sie klärt doch es ist so ein bunkel getrunner so ich brauche nach oben kauf dir eine ne ich bastel mir eine wir sind in minecraft kann man sich ja alles kraften schau mal hier oh cool danke so ja sie sind sehr symmetrisch angeordnet das ist so improvisiert da kommen ja doch überall fenster rein lieber safi und dann werden die fackeln auch richtig angeordnet dass er damit nicht unterschätzen safi wir wissen alles okay wer hat samen von euch ich kümmer mich sehr weit für meine tics wer hat samen ah ich baue einen einzelnen holzblock hin und die hühner hauen ab da durch rein da ich habe jetzt voll den graben vor meiner tür was so mein meines gefällt mir irgendwie nicht auch keine ahnung warum vorsicht nicht ins wasser plumpsen brauchst du ja das ist mun abgau ich habe nur gehört wie du so getötet hast hallo hallo nachbar das server ist jetzt nur online wenn du auch online bist du das ja wenn wir uns entscheiden ja haben wir gestern schon gesagt stein 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 im ist Nö. Ah. User to in your channel. Viper. 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 Steine. Hat wer Steine von euch? Ich hab Steine. Ich hab auch Steine. Ich hab Steine meiner Tue. Steine meiner Tue. Okay. Wo bist du denn? Hat jemand Kies? Ach hier ist halt keiner Kies. Ne. Alle arm sind. Doch ich hab Kies. Okay ich hab Kies. Werbung weg. Ah. Bruchstein Eiderdurz wäre richtig weit. Du weißt was. Ich schneide die Folgen auch auf halbe Stunde jetzt. Da dafür macht das. Ah so mit Bildern Kühlschrank. Ah so mit Bildern Kühlschrank. Wuiiii. Wir müssen Rögel sehen wo wir die dann raus holen. La 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 la. Nein. Weiße. Falsch. Nein. Mötig ist nicht schön geworden. Ja ja. Woran? Aber denk dran wir machen das wie gestern besprochene Community Projekt mit dem Endloslangen Namen wo der Folgentitel gar nicht mehr hin passt. Mit Sekretärin. Die heute nicht da ist. Die heute. Genau. Die heute nicht da ist. Hab ich ihr grad geschrieben du fehlst heute in der Aufnahme. Moin. 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 Saffi gib mir mal grad Rechte ich bin mit dem Handy drin. Hört man. Hört man. Ja ich hör euch auch nur ganz bescheiden. Voll anders an. Jo. Hört sich zu jung an. Was hat ihr mit Viper gemacht? Danke. Du scheinen sie auch schon älter zu sein wenn du mich in deinem Stream im Chat nicht unten erkennst gell. Ich hab mir schon die ganze Zeit gedacht entweder ist das ein Faker oder das bist du. Ja ich. Hat der 0815 Viper oder was? Oder 0815. Nein. Oder doch. Ach scheiße hier. Ja im Chat unten drin der der Cheater geschrieben hat das war ich weil ihr rumgeflogen seid. Ja ist klar. Der Viper. Ach ja. Das wissen wir. Ich wusste es hier nicht. Also wissen wir was. Wir wissen was wir sind. Ja wir mussten das ausnutzen. Ja was brauch ich jetzt holz. Ja ja. Mach da mal ich gucke ob ich auch irgendwie lauter kriege. Ich brauch sand und anderes holz. Andere. Was heißt bei dir anderes holz? welches andere holz brauchst du denn dunkles habe ich da habe ich 17 birkenholz bretter und sechs mal eichenholz stämme irgendwas hält ich hab grad nur so ein dämlichen kasten hier und das gefällt mir gar nicht ja das sieht aus wie so ein dober kasten wie so ein froh kasten ist sie nicht von mir habe ich nicht gesehen hauptsache ich renne gerade schon ins stream durch ja du wenn das hier irgendwie schon die ganze zeit und hätte ich nur sagen renner 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 ich renne den ganzen tag schon seitdem der PC Ernest erinnert den ganzen Tag erinnert was er so mag sie haben keine Freunde das alles so sieht aus was ja das stimmt doch ich muss morgen früh lernen könnte was dran sein geil ah dein Haus brennt übrigens ne weins ja oh passiert das ist die Feuerwehr der Bude brennt die Bude brennt die Bude komm nicht hoch ich komm nicht hoch ich mach mal den Scheiß da oooohh geil scheiße jetzt komm ich da nicht hin er zündet die ganze Sache an ich nicht aber das ist der Grund warum wir das immer nur anmachen wenn wir auch da sind ich glaub wenn wir ja dann äh mal an unser Server kommen würden dann ich hab's schon verstanden ne wir haben hier schon was gestern Ende der Aufnahme hat man Haus in Flammen gestanden ja das stimmt das kann nicht sein ich war doch gar in dem Server hehehe dann wird es ja nichts mehr dastehen was vorher stand hätt ich wieder scheiße gebaut dann hätt ich direkt mal die Luft gejagt das Ding TNT die Hundehütte TNT und die gibt's doch nicht die Atombombe oder so hier ja was das war das Wort oder? ach tu geil ja gib die aber bloß ne Zafi ach das ist doch das halt ich rette hier ich äh ein Superheld hier ja und so ein Goku Hitchigo mhm so ein Goku Kurosaki ja mindestens ah ja äh ich bin Bronzebeard oder ich bin Ruffys Vater alter Ruffy ich weiß Bescheid wunder für ne Rüstung an so ne Blechrüstung oder? ja die sieht schön aus ne? ja total die ist aus wie Dings hier Bender von Futurama na das brauch ich noch nen Decker kann ich den auch so machen Bender ist cool na gut Mädels ich spinne dann auch nochmal raus ok alles klar muss da rein jo hau rein bis morgen Abend gell? 20 Uhr oder wat? ja wenn der Server da ist ja wenn der Server da ist tritt dem äh Fickfrosch mal in den Arsch ich hab Skype aus ich hab keine Ahnung ob da es neue Evers gibt oder nicht ihr hättet mir auch über Tess äh über WhatsApp schreiben können ich glaube nicht in Skype war gar nichts auch in nem kompletten Schiffverlauf von heute in Skype hat sich jetzt nur über das Video aufgeregt am Schluss glaube ich achso das Video die Kriegsverklärung achso mein special friend ja der keine Ahnung ne aber da hat jetzt nur lediglich drin gestanden äh Sonntag also morgen Abend 20 Uhr ja ich bin auch gespannt wenn der morgen nicht da ist wird das Server gewechselt ja wird ich wett dann wirds auf Ralf's sein Server gemacht muss ja dann aber ich glaub die hatten schon nen anderen ich weiß aber nicht noch naja Ralf's sein Server muss jetzt nicht unbedingt also das soll schon nen eigenen Server sein und kein von äh uns ja ich weiß es nicht keine Ahnung wie er das machen will ja du naja werden wir ja dann sehen naja gut alles klär schon jo tschüss bis dann Herr Patty ich melde mich dann gleich auch mal ab hier auf dem Minecraft Server ja ich denke mal dann nehmen wir wahrscheinlich ein bisschen daisy auf oder so ok gleich könnt ihr wirklich nochmal join ja was muss das muss was muss das muss jetzt gleich daisy hätte ich auch schon äh äh jetzt auch schon wa***h äh 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 immer ja und er sie muss immer der sie ist einfach nur geil ich habe gerade weiß ich wie sie ist geil voll der meinte es ist immer so das ding manchmal hast du echt keinen bock dann hast du wieder bock irgendwie das ist immer so ein hin und her ja momentan schockt mich überhaupt nicht vor allem wenn es sich dann richtig abfuckt wenn du gerade irgendwo zwei stunden am looten bist und dann kommt da irgend so ein heim und knallt dir wie mir letzt mal einfach mit einen gezielten schuss seine scheiß armbrust in der fresse ach die ist jetzt schon drin oder keine ahnung was da ist schon alles gelaufen ist wieder manchmal ist echt nervig aber irgendwie zieht sie doch wieder hin ja ja das ist die sucht hat mich man gar nicht ich habe nur leute hatte ich die ganze zeit aber jetzt den ganzen kramberg haben dann schief läuft das in den servern momentan laufen die server aber relativ stabil muss ich sagen ja ja auch den leuten hat das meine ich das habe ich anders gehört dass die server jetzt nach dem update wohl scheiße laufen also normalerweise laufen besser als vorher das war ja bei den ganzen updates sonst immer so das problem aber okay hört sich auf jeden fall vielversprechen dann ich glaube ich gucke die tage mal wieder rein mal gucken habe ich dann wieder weiter zu start läuft ja noch momentan auf meinem kanal aber er hat ausgelaufen ist dann habe ich auch nichts mehr davon an folgen wo ist das ne wieso fehlt hier wasser ach so deswegen ja gut dann würde ich mich mal verabschieden an der stelle ne okay ja bis die tage oder so ne genau gut mit euch weil lustig auf jeden fall und wir so wenn so muss es so zurück acht der kommenden buchten noch so gut ich dachte mittlerweile haben die den abgebaut oder so hau ho hau ho hau ho hau ho guck grad einfach mal in den chat der assi könig ist da steht ja ja ist jetzt weg das kann ich verstanden also könig normalerweise ok das könig der assi könig sehr gut und wieder ein paar gebraten voll ruhig gerade wasserfluss irgendwie also wie gesagt ich bräuchte samen ist das automatische feld so gut wie fertig da ich hatte gerade schon mehr samen angepflanzt damit ich dann gleich teilen kann der wald brennt wieder mal nehmt den leuten bitte die feuerzeuge alle weg ja wenn ich jetzt noch einmal höre dass der wald brennt dann kliere ich einfach von jedem das inventar gut ne wo brennt er denn jetzt wo brennt den da hinten brennt schon gesehen ich bin gerade an meinem feld dann portet dich mal zu mir welchen brennt stifter haben wir denn hier palooza zu saffi der max fatter lässt hier schon ein bisschen ja er schreibt mich die ganze zeit an von wegen er möchte feuerwehrmann werden bin auch da das ist ja schon irgendwie verdächtig dass innerhalb von kurzer zeit mehrere feuer gelegt worden sind in der lobe mann wenn man nicht so klar ach ja ach ja ach ja ja k ich hätte es auch nicht mehr so lange gemacht ich hätte es hier noch ein bisschen brauchen wenn ich mich auch langsam wegbegeben ja die durch muss man auch für das früh raus das sei gerade über auf auch da was das war euer vorher vorher holen wo das ist nicht rechtlich und dann über mehr weitbrannt wo jetzt gelöst ich höre nichts mehr knistern zum Glück ein Glück frag mich ja wie lange wolltest du denn noch ungefähr machen ein paar minuten ok ja weil dann ok ja ich habe jetzt noch ein inventar auf und dann ja mir ist egal wie lange wir jetzt machen solange ich morgen früh rauskommen und so ich muss morgen haben schreiben dienstag halt die pfunk habe ich ja schon erzählt von ansonsten ist er jetzt wir sehen uns ja morgen sowieso denke ich mal stimmt so wenn ich mich jetzt auch mal aus login oder ja genau mal option da wollte ich noch mal gucken könnte ich eigentlich auch noch mal ein paar tings das ist natürlich schlecht hier oh wir haben schon halb eins gar nicht aufgefallen zeit vergeht so im fluge wenn man spaß hat ja so leute ich werde jetzt auch dann mal offline gehen war schön mit euch ne hat spaß gemacht jo alles klar dann würde ich sagen wir mal dann wieder mit aufnehmen wir schreiben auf jeden fall noch mal miteinander ok ok dann kriegen wir das hin alles klar ok alles klar dann fahr ich jetzt auch den server runter titschi in deinem haus ist eine epidemie ausgebrochen kannst du noch weiter machen wenn ihr noch zocken wollt das würde ich noch machen aber ich geh jetzt erstmal auf ne ich werde jetzt auch gleich aufgehen wie gesagt was schrittst du morgen nehme ich noch ok gut ne dann tschüss tschüssi tschüss user disconnected from your channel äh ja morgen nehme ich ja auch noch pixelmon auf achso äh Safi was ist jetzt wolltest du mitmachen ja wie gesagt zeitlich ist halt ne ja aber ich dachte ihr nehmt morgen um 20 uhr auf ja wie gesagt äh dann müsste ich aber dann kein kram von pixelmon dann rüberladen und die festplatte damit ich dann wieder speicher für altes hab und das dauert mhm 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 wie gesagt ich hab und das wäre direkt anschließend das ist halt ich hab noch ein terabyte hier rumfliegen kannst du haben das ist lustig ach komm passt schon das ist halt ich würde sehr gerne ich bin gar nicht in frage ansonsten vielleicht verschieben wir auch mal pixelmon auf den anderen tag müsst jetzt nicht unbedingt nur wegen mir machen ne also nö generell weil wenn ich ja dann auch bei ARMA mitmachen sollte dann äh gut vor ne festplatte ist das ja egal aber wenn ihr früher aufnehmt ne seid ihr auch scheiße wir machen mit hoher sonntags noch mit der aufnahmetage passt eigentlich sonntags halt ähm nur diese Zeitspanne, wo ich halt Pixelmon aufnehme, nicht. Ach ja, ja, wirklich. Wach, 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 alter. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Community-Ecke. Ich würde gerne, aber ich hänge hier fest. Da ist ein Holzbuck, wo ich draufkomme. Also. Der Safi, der ist noch ein Brötchen. So. Der hat einen Pilz angepflanzt. Ein Pilz? Ich verstehe einen Pilz. Dein Fußpilz. Nein. Nicht? Schade. So. Geben wir mal dem Server den Befehl. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, sehen wir uns bei der nächsten Aufnahmesession. Ja. Oder beim nächsten Livestream. Oder, oder, oder. Und wer Bock hat, wir schreiben das alles auf Facebook, haben wir ja gestern schon gesagt. Beziehungsweise, ja, haben wir schon in den ganzen Folgen eigentlich schon gesagt. Und ja. Bis denn dann, liebe Leute. Bis denn dann. Tschüssi. Ciao. Tschutu. Ich hab grad hier noch. So. Tschutu. Tschutu.